Trick Ich hab da noch ein ziemlich gutes Video, das ich später linken muss Oh, ist das Bass in Redpilt? Ja, auch Es hat mich richtig gemeinboggelt You got the noggin joggin, okay Ja Es war richtig, vor allem das war deutsche Comic Und das hat mich total überrascht Und das ist funny Na, deutsch oder funny, das kann nicht sein Ich dachte mir auch, deswegen war ich so mein Bogle Kann was deutsches lustig sein Nach den jahrelangen Abhärtungen im Internet Wir können halt alles Uff, spicy Wie spicy Moment Ja noch Alles checken Kaffee Tee Kaffee am Abend, ey Na klar We're never alone Warum? Weil das nicht gut ist Das Koffein in deinem Körper braucht Zwölf Stunden, bis es abgebaut ist Und da du in der Früh wahrscheinlich wieder Kaffee trinkst Hast du ständig Koffein Never sleep again Genau Absolut Yes, yes, yes Aber ich weiß, wie schwierig Das ist, weil Kaffee einfach nice ist Ja, ich mein, am Abend kein zu trinken ist nicht so schwer, aber Ich würde halt gerne am Abend auch nochmal fit sein Das ist halt übrigens der Teufelskreis, aber Ja Das ist mir halt gerade irgendwie, ja Scheiße gar Das ist ja auch dein Körper, ne? Curl My body, my choice Genau Mogwards is a new community with big plans Oh no Geil Mogwards Alter, der Server Omega ist schon wieder cursed, dude Mogwards Server Omega Du glaubst das denn hier Du bist denn der Braids hier sind, man Verschlungene Schatten Ich hab mir die ersten paar Bosse angeguckt, hab keine Ahnung mehr Aber ich weiß, dass... Ich kann mich daran erinnern, dass das meiste E-Tank-Mechanics waren, also Fuck Ja Ja, stimmt Und ich hab bei Twintania nicht mehr weitergeschaut Ja, den so weit hab ich nicht mal geguckt Das war... Zu behindert Wird schon klappen We are LGBTQIA plus friendly Nice Das impliziert, dass es auch LGBTQIA plus unfriendly gibt Ja Ja So, jetzt bin ich hier bei den Botanikern und weiß nicht, was ich machen soll Was für Botar? Botaniker Ich war halt bei Mechaniker Oh War das ein Deutscher? Ja Ähm Ja Nein, kann nicht so sein Fetten Bart Krass Trotz Klamotten Nice Ja, der Anti nur in doppelt so groß Doppelt so groß heißt die Leber ist auch doppelt so groß, also? Aha Aber der Anti ist auch nicht groß Oh, das ist dein Zwerg Der ist 1... 70 oder so Hahahaha Äh Hahahaha Coop So, ein Tank und zwei DDs, let's go Wiu Jetzt sogar D-D-Twingeling Ach, ich habe gestern bei dem Endboss von der Story so reingeschissen, Dude Das glaubst du gar nicht Obwohl ich mir einen Guide angeguckt habe Ich habe, glaube ich, zweimal die Tank-Mechanik gefressen und bin ich gestorben Tank-Mechanik? Äh, nicht Mechanik, aber halt ein Tank-Angriff So, weil ich vorne beim Tank stand, weil er... Ja, wie immer, es war nicht meine Absicht, ja, aber der Penner dreht sich halt ständig so zu mir, dass ich die Scheiße dran auch abkriege Ja Kannst du dich nicht mit ihm drehen? Nee Darfst du dich nicht bewegen beim Verhalten? Doch schon, aber Das Problem war, dass ich, äh... Ich habe mir eine Person rausgesucht, an die ich mich halte, das war ein anderer Samurai Und der ist halt in dem Gewusel irgendwie untergegangen und dann habe ich den Tank zweimal für den fucking Samurai gehalten Und bin miserabel, äh, fast krepiert Ja Fast Das habe ich in ein paar WoW-Raids auch probiert Ja, bad idea Um nur Leute zu halten, ja Weil die dann garantiert immer weglaufen Das ist voll weird Mit Hummel, ja Naja Was ist da los hier? Heiler Magic Queue-Zeit schon zwei Minuten Wenn du dich alleine anmelden würdest, würdest du bestimmt eine Stunde warten Ah, true Obwohl jetzt eine Idee gebraucht wird Wie ist das möglich? Siehste mal Ich muss meinen Scheiß eigentlich noch reparieren, ne? Abbringe Abbringe Hast du Emotes in dein Interface gezogen? Nö Kein einziges Du? Ja Setzen, posieren, na toll Sich strecken, zwinkern, spähen und beruhigen So viel Platz Alles notwendig Ach Ich hab vielleicht noch... Ich hab auch viel leisten Ja, ich auch Ich hab dann vielleicht noch fünf... Fünf Slots frei Kein Platz für Emotes Du spielst doch Samurai Ja Samurai Ich baue noch keine Tasten Doch Das ist alles eine Lüche, dass das keine Tasten hat Lüchen, sag ich dir Das sagt doch, glaube ich, keiner außer mir Gut Das Samurai keine Tasten hat Das wollte ich auch hoffen Das ist höchst kompiliziert Kompiliziert So, ich mach jetzt das Jumping Puzzle Wie komm ich eigentlich zu diesem Jumping Event im Goldsauce, wo man auf diesen Inseln rum springt, wo Asmon Gold immer rum springt Ja, da musst du dich für anmelden Also du musst quasi in der Queue Das ist aber nicht immer, oder? Nee, das ist nicht immer Ja Okay, ich war gestern in der Queue Und das hat halt so ausgesehen, als wäre das nur diese... Nur das Jumping Puzzle in der Mitte vom Goldsauce, dieses kleine... Ja Nee, nee Das sind immer andere, aber ich weiß nicht, wie das... Zeitlich oder so geregelt ist, keine Ahnung Der Typ hier ist Zimmermann Fängt schon mal scheiße an, weil ich den ersten Block, wo ich drauf springen musste und nicht gesehen hab Wow Und ich bin runtergefallen, fuck das, dude Ich bräuchte wahrscheinlich 16 Stunden oder noch länger Und Rich hat's auch noch geschafft, weil er Gremlo hinterher gesprungen ist, also Kann nicht sein, dass es doch schwer ist Aber ich hab ihm auch zugeschaut, er war irgendwie... Ziemlich... Mad? Von der Rolle und mad und unkonzentriert und hat ziemlich scheiße gemacht die ganze Zeit Weil ich immer irgendwie Anlauf nehmen wollte und das hätte ich mal alles verkackt Verkackt Tja What am I supposed to do with Bobby Kotick's Maze? Was? Bei den Tanks, Ricky Ui Oh shit Ja Du fucking Omega, du, hör auf meinen Chat hier zu spammen Wie zum Fick komm ich da raus? Was? Oh, der kommt wieder rein Oh Gott, das ist embarrassing So Alright Und jetzt Mal schauen, wie viele Songs die Pramilz eigentlich gemacht haben Ich hab den Ultima-Fight-Song auch gemacht Der ist auch ziemlich gut Die sind mal getourt Jawohl, Titan haben es natürlich auch gemacht Da gehts also hoch, hä? Ja, fängt schon mal scheiße an Sack Wie viel Beilfen haben sie auch gemacht? Und heute Bahamut? Nee, oder? Äh, viel Zeit, wenn wir nicht haben, nehme ich an Also wir rocken halt hart durch Muss auch sein, was wahrscheinlich ist Ohne Min-Item-Level und Echoes Also mit Echoes Der Min-Item-Level... Ja gut, nee, ist das nicht Min, das wird glaube ich Auf irgendwas anderes heruntergestuft But I don't know Das wird glaube ich einfach nur auf Auf Level heruntergestuft Oho, Alter Was ein Jump Du bist jetzt in Kurgane, oder wie? Ja Motherfucker Yes, I am Yes, I am Ich find's so sad, dass ich Richie mehr schauen kann Weil so rushed der Penner Ey, der ist richtig weit schon in Stormplug Ich hab mich grad voll gewundert, dass der schon an der Stelle ist Der muss die letzten Tage voll MSQ durchgeballert haben Der verliert voll viele Viewer, deswegen glaube ich Das ist viele wahrscheinlich so 20, ja 10 bis 20 Prozent im Jahr Ich weiß nicht ob er rushed, aber der kann auch einfach mal seine acht Stunden da genommen haben oder zwölf und sich konzentriert nur MSQ gemacht haben, dann kommt er locker soweit Ja gut, der streamt ja auch ewig jeden Tag Jeden Tag Ewig lange, ja So wenn ich abends ins Bett gehe, irgendwann einschlafe und morgens aufstehe, dann streamt der teilweise immer noch Oh Gott, jetzt hab ich die anderen auch dazu animiert hier zu springen Ach, war da nix los vorher? Nee Uah Ah Motherfucker Okay, dann muss ich seitlich springen Ich kann hier Toll, ich hab schon... Das hat keiner gesehen Oh Gott, das ist embarrassing Aber Alexander ist doch ein Level 60 Boss, oder? Alexander ist ein Level 60 Raid und Boss, ja Ah, aber ein Raid, ja Da gibt es so viele verschiedene Phasen und Bosse und das ist probiert Also ganze Raid ist nur irgendwie eine Form von Alexander, so wie ich das verstanden habe Ja This is very true Ah, die springen seitlich hier drauf Interesting Da hab ich auch einen Boss gesehen, bei dem du eingesaugt wirst in so ein Rohr Zu zweit Und dann richtig so rumtrudelst, ewig lang Dann auf einer Plattform landest, was ziemlich lustig ausgesehen Ich hab mich ja total überrascht, die Mechanik Ich hab mich ja total überrascht, die Mechanik Ich hab mich ja total überrascht, die Mechanik Immerhin die anderen sind hier genauso Springerloops wie ich Fantastisch Ich könnte mir in unserem Gildenhaus ne Bude kaufen für 300.000 Gilden Ein Zimmer? Ja Müssen die dazu stimmen, oder? Nö Also ich weiß nicht, ich hab nicht draufgeklickt, weil ich jetzt keine 300.000 Gilden dafür ausgeben wollte Aber... Theoretisch kann ich's machen Mhm Dann hab ich mir die Zimmer der andere mal angeguckt Und... Haha Ja No front, aber eins ist komplett voll mit Büchern Nur Bücher Das besteht quasi nur aus Büchern Und einem Stuhl Ein Stuhl Und... Eine Folterkammer oder was? Ja Der hat er festgebunden und er muss... Dem wird vorgelesen Und der Typ nennt das Ganze noch Work in Progress Ich weiß nicht, was es da zu Progressen gibt, aber alright Und das andere, das ergebliche Versammlungszimmer, besteht aus Ein und derselben Blume, die über den ganzen fucking Raum verteilt ist Und einen Tisch, wo zwei Leute da drauf sitzen können Also nicht auf nem Tisch, aber halt auf nem Stuhl Also... It's fucking horrible How the fuck do I get over there? No! Shit Kennst du das, wenn du da gelandet bist Aber du denkst, dass du da nicht ganz drauf landest Und halt weiter auf der Vorwärtsrente hast Du bleibst und dann fällst du runter Ja Ja Genau, das kenn ich Just fucking happened Dass du den Bug praktisch... Äh... Wie heißt Bug? Ungenauigkeit wieder verkackst Weil... Du weiterläufst Genau Herrlich Warum laufen alle in Weiß rum gerade? Das ist mir auffällig Ja, jetzt wo du sagst Die Aua, die ich vom... Ja, ja, überall Alle 10 Meter Ja Da steht einer mit nur Weiß Gerade Mode-Farbe Trend Ich wollt mein Ding auch Weiß machen, aber ich hab... Erstens kann ich's nicht färben Also nicht so wie ich's gerne hätte Fuck, ist das schon wieder passiert Was ist eigentlich das mit Hochzeit mit Hindernissen? Was ist das denn normal? Ist das Dungeon? Ah ja, das ist ne Quest, damit schaltest du glaub ich ne... ...n Dungeon frei, ja Ja, eben, eben, ja Do it, ist ein guter Dungeon Was ist das, Tasha? Ne Ay I did it. So... Wo gehst du weiter? Hier. Ach, motherfucker. Ich wurde in eine freie Gesellschaft eingebaut. Cool. Deine erste Gilde. Wie heißt die? Orbital Silver. Oh, könnte schlimmer sein. Wie schreibe ich da drin? Links auf die Sprechblase im Chat und dann kannst du aussuchen, welchen Chat du schreiben möchtest. Eigentlich läuft. Ach, jetzt bin ich hier und jetzt? Wie geht's weiter? Ah, ah. Hallo. Oh, ich vergesse immer, dass das kein deutscher Server ist. Ja, meiner ist auch nicht deutsch. Also, kein Server ist deutsch. It's the beauty. No germs. Haha, fucking germs. Haha, fucking germs. Only Roman Legion is civilized people. Motherfucker. Alright, alright. I'm getting there. Nevermind. Ich hab neben mir grad so'n ruhige Ding gesprungen und das... ...haut diesen... ...hup... ...von gemacht. Gerade, als du das gesagt hast. Tja, mein Timing is impeccable. ...hup... 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 Ja. Mit Krista. Ja. Ich hab mir ein bisschen Krista gekauft. Und dann ging das irgendwie nicht. Oh Gott. Und dann hab ich mir halt so ein Abo gekauft. Aus Versehen dann noch für drei Monate, aber ist mir egal. Und jetzt hab ich 3.400 Krista auf meinem Konto. Du weißt nicht, was du kaufen sollst. Ja. Ich hab mir ein paar Frisuren angeschaut. Man kann Frisuren kaufen? Ja. Mit so Packages. Mit mehr Frisuren und äh... Okay. Ja, aber es waren auch noch nie eine Frisur. Andere Sachen noch. Ich bin da, wo Rich jetzt die ganze Zeit gefailt sei. Mother Frick. Und wie viele Leute jetzt hier sind, ist das echt... No! Es gibt anscheinend viele Frisuren, die nicht mehr obtainable sind. Also was ich gelesen hab. Die kannst du nicht in der Mockstation kaufen oder was? Ähm, die sind auch da nicht mehr obtainable. Oh. Also... Also... So schnell kaufen... Oder obtainable, wie es geht. Da gibt's diesen... Oh man, der Typ. Oh man, der Typ. Ich weiß nicht, ob ich ihm versucht zu helfen oder ob er mich fucking trollt. Du Idiot! So. String mit Felix Steiner. Gucken wir mal die Freiex-Sellschaft an. Da. Nö. Frag dich, ob die Coils mit uns laufen. Oh Gott. Motherfucker! Wow. Die Kosten für den Teleport sind 30% verringert. Ja, das sind immer so viele Boni. Ja, 10% mehr EP durch Kills. Vielleicht haben die ein Haus, dann kannst du die Kräuter klauen. Die haben schon mal einen Discord, also. Ja, meine auch kommen, da bin ich nicht drin. 328 Member. Rang 22. 22. Was für ein Rang? 22. Rekrutierung, naja. Richte. Tch. Noohohohohoho. Why you do this? Why you do this? Da kam jemand runtergeflogen, you love to see it. Oh shit, Kano. Farmer, ugh. Was, Farmer? Nee, Karma. Also. Muss ich immer... Na, hab ich Karma gezogen. Auf cooldown. Denken. Ach ja, das ist ne Monk-Ability. Ja, oh Leute. Ruined. Das Wort ist ruined für dich. Jetzt müssen wir wieder ausbessern. Hab ich Karma gezogen, du Junge. Wir haben auf cooldown. Oh, Karma. Ich stelle mich extra in Abilities rein mit Karma. Ja, auch Damage. Ich cloud im Tank Yaku, Karma. Damage. Wo hab ich die 134k Base gemacht gestern? Boah, sickbro. 134k. Wow. Sickbro. Ich hab Bahamut gekillt, und du? Motherf... Oh. Booming. Das hab ich gesagt, während ich mir an dem Nippel gefasst habe. Ja, übrigens der... ähm... ...der Dinafris Ost... ...ist äh... ...keine Ahnung wie der ist. Trash. Aber es gibt überhaupt keinen. Es gibt keine Bossmusik in mir, irgendwie. Der Ost ist... äh... ...Ramonia... ...irgendwas. Ich hab seinen Dialog schon wieder vergessen, weil er so insignificant und boring ist. Oh my god. Der Ost ist... Du Idiot, warum hast du nicht gesoakt? Du Idiot! Hast du mir recht nicht in die Fresse? Hahaha. Letztens als ich dir geschrieben hab, dass ich damals im Büro immer rausgegangen bin zum See, wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie absurd das eigentlich ist, dass man das Gelände da nicht verlassen durfte. Hahaha. Du bist jetzt hier, dass du das nicht durftest. Ja. Bei ne Pause darfst du normalerweise überall hin. Pretty sure. Pretty sure, dude. Das ist echt absurd. Das war nicht nur da so, sondern auch als ich dann mal in einer Supermarktkette gearbeitet habe. Da durften wir das auch nicht. Da wurde ich dann auch explizit darauf nochmal angesprochen, dass man das nicht darf. Aha. Ja. Vom Herr Tascandi, der mich zum Islam konvertieren wollte. Unironically, der fette Türke. Was? Ja. Der hat auch nicht an die Evolution geglaubt. Er fand es affig, dass wir vom Affen abschlafen. Affig? Ja. Das kann nicht sein. Glauben Sie das? Ja? Alter, ich hab mein erstes Chatfenster gemacht. Ich bin voll stolz auf mich. Nice. Voll easy. Mann, kann die Queue sich bitte öffnen? Ich will nicht mehr. Das ist sooo bad. Fuck das. Hä? Kann ich nicht auch von hier auf das Ding springen? Nee. Könnte noch Gauda Extreme machen. Gauda Extreme? Ja. Ja. Ja, wir sind jetzt schon so lange der Queue. Oh, ich werde geheilt. Danke. Ja. Ähm. Das? Dass sich das nicht lohnt, da jetzt anzumachen. Dank kostfälle ziehen. Wer von euch hat mich geheilt? Und das ist die Postbote. Insa Radenhorst. Alter, Notenrollen sind teuer. Naja. 5000? Naja, ist eigentlich nicht so teuer. Wohra! 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 Und wusstest du, dass es Kontaktperlen gibt, die wie ein In-Game-Voice-Chat funktionieren? Hahaha. Nein. Wusste ich nicht. Gibt es in jeder Hauptstadt so einen Kontaktperlen-NPC? Crazy. Der erklärt mir das. Machst du dann noch In-Game-Emotes, wenn du laberst? Äh. Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das können wir beide mal ausprobieren, weil da muss man sich synchronisieren dafür. Es würde mich nicht wundern, wenn das ist. Äh, wo in jeder Hauptstadt, hast du gesagt? Ja, in jeder Hauptstadt. In welcher Hauptstadt hast du es gekauft? Äh, in Gridania. Ach, immer schickt er mich in dieses Wildland, ey. Du kannst da einen Ulda machen, das ist da bei den Katzentanzerinnen. Na, schon besser. Direkt rechts hinter dem. Schon besser, schon besser, ja. Doch. Ja. Show me where they are in their place. Ach du, wir können... Achso. Ist sogar egal, wo wir dann sind. Perfekt. Cool, also kann ich Discord auch deinstallieren. Passt. Ja, stimmt. Das stimmt, da bist du ultimativ inkognito. Kontaktkreis erstellen. Belechtet. 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 Ich weiß, aber das dient auch deinem eigenen Schutz. Du möchtest doch sicher wissen, wen du dein Netz weg lässt. Kontaktkreise. Also musst du jetzt entweder auf meinen Server oder ich muss auf deinen, damit das geht. Ja. Alright. Kontaktkreise können bis zu 128 Mitglieder haben. Spieler können bis zu 8 verschiedene Kontaktkreise haben. So eine Perle muss ich mir aber noch kaufen, oder? Ich glaube nicht. Wir benutzen die ja schon in der Story. Die wurde einem ja gegeben in der MSQ, glaube ich. Kontaktkreise erstellen, umbenennen oder Auflösung. Ich hab dich jetzt schon aufgenommen in meinen. Also muss ich... Nee, ich muss ja dann keinen erstellen, wenn du schon einen hast. Ich muss dich jetzt nur... Ich muss den nur irgendwie annehmen. Das geht nur persönlich, hat mir der gute Lalafehl gesagt. Vielleicht geht es ja, wenn wir im Raid sind. Dann können wir das am Schluss machen, wenn der Boss kriegt. Mhm. Weil ich weiß jetzt nicht, ob der Welten-Transfer die Q abbricht. Hätte ich jetzt nämlich keinen Bock drauf. Understandably. Die haben alle so ein komisches Gesicht, die Hasen vorne. Vielleicht müsste nur mal eine kommen, die gut aussieht und dann... Dann kommst du. Und jetzt kommt der Dragoon. Also, Dragoon sieht nice aus. Fucking Aura Dragoon. Schön im Blau. Fuck! Aber die Katzen... Eigentlich die Katzen... Die Rivera sind ja irgendwie total tomboymäßig, warum wir schon davon geredet haben. Die sind einfach so unweiblich. Unweiblich. Die Viera? Die Bunny Girls? Ja, die Bunny Girls. Die sind zu männlich, das ist der Problem. Die haben den... Die haben den femininen Cuteness Aspekt nicht, die sind aber... die sind zu... Das englische Wort ist, glaube ich, Rugged. Rugged. Ich glaube auch irgendwie nur, dass Frauen Vivera spielen. Ja, noch. Mit Antwalker können sie auch Männer spielen. Also, ja, ich meine halt real-life Frauen. Achso. Meinst du? Ja, irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl. Ja, das wird irgendwie passen, das spielen nur so Feministen, hast du recht? Feminist. Ja, ist so. It's true, dude. Zeppler. Ja, genau. Catgirls spielen nur Männer, weil das ist das Ideal, was wir wollen. Und dann ist es natürlich obvious, dass die ganzen Vivera das nicht machen und die fucking Vierer nehmen, die... ...zu kotzen sind. Aber I'm strong independent. Hm, genau das, was wir wollen. Ich will nicht strong independent, ich will cute, could fuck me up, but doesn't. Ich will, ähm... ...submissive and breathable. Du willst sad and depressed. Ja, irgendwie schon, ich habe irgendwie ein Faible für traurige Kudos-Szene, weiß nicht. Cute. Äh... Na passt doch, jeder kriegt das, was er verdient. Jeder kriegt sein Fett weg. Jeder kriegt sein Fett weg, ja. Das, was er verdient. Das kam irgendwie so falsch, so gemein. Mies. Naaah. Naaah, du... Naaah. 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 Totenacker Tantara, schwer nur zugeglich. Ja. Oh mein Gott. Aber vielleicht ist es komplett anders, ja. Wenn es was Tasha-Releasendes ist, haben sie es bestimmt auch. Ja, ist es. Ich war da ja schon drin. Ist es auch nice. Oh, und? Wie war es? Ja, cool. Ich habe nichts gecheckt, aber war nice. Ich wurde da durchgecarried von zwei anderen. Wir haben uns dann auch noch gefragt am Anfang, ob wir die ganzen Notizen da drin lesen möchten. Aber... Naaah. Naaah. I don't read. Nee, du liest gar nichts. I don't read. Weil der andere nichts gesagt hat, haben sie nur auf mich gehört und dann haben wir da einfach den Boss gekillt. Fertig. I don't read. You should read. Schon wieder eine Aura. Boah, die sieht richtig sad aus. Die will ich gar nicht screenshotten, sonst... Die press die meinen ganzen Screenshot-Folder. Aktiviert den Beschützer-Instinkt. Aktiviert den Beschützer-Instinkt. Aktiviert den Beschützer-Instinkt. The sadder, the better. Psycho. Psycho! I'm telling you, du. Psycho. Ich bin der Psycho. Du bist der... Ich bin der Psycho. Du bist derjenige. Du bist derjenige. Kriegst du auf den Gasgeruch? Pfff. Nein. Nein. Ich verleugne es. Nein. Halt nur auf das dein Gaslightning-Lightning anspielen. Was ist das ich Gaslightning? Wir gar nicht. Das sind alles Fakten. Wow. Fakten. 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 Ich guck jetzt eine Aura bei ihrer Arbeit zu. Das mögen die bestimmt beim Arbeiten beobachtet werden. Fakten. Oh Gott. Ja. Ich werde am besten auf deine Abilities rein, damit es gar nicht mehr ist. Ne. Ich werde meine Emotes rein. Ich lach's dir am besten aus. Der hat schon aufgehört. Ich gehe jetzt direkt, der hat aufgehört zu arbeiten. I knew it. The tall cat is intimidating. Wie groß ist die Aura? Schulter. Schulterlänge. Small. I like it. Small. Ich bin fast so groß wie die Ehle sind hier. Ach. Du. Ja. I'm a giant. If I like it. Riesen. Riesig. Eine fette riesige Katze. Yes. Wer ist denn die großen Katzen der Hülle? Große Katzen. Tiger. Leopard. Nein. Ich habe vergessen, dass ich genau gemein belohnte. Und ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Geil! Perfekte Kombo. Große Katzen. Afrikaner. Nein. Mein Kuhn. Was für ein Ding? Mein Kampf. Nein. Mein Kuhn. Mein Kuhn. Mein Kuhn. Mein Kuhn. Mein Kuhn heißen die. Heißen die echt so oder treust du mich jetzt? Die heißen... Weiß ich nicht. Du feckst. Unbelievable ey. Mein Kuhn ja. I don't believe you. Lies. Google it harder. Fake news. Liberties rising. Liberties rising. 1-2-1 Screenshot von dir. Sorry I don't open links. Das ist kein Link. Ja. Ey das ist doch geil. So eine Katze hätte ich auch gern. Das sieht richtig komfy aus. Richtig gigantic. Jaja. Ich finde die geil. Flauschig. Ja genau. Flauschig und fett. Richtig schön chonky. Ja. Schonky. Oh man. Jawohl. Ich bin in die Höhe fett. Aber nicht in der Breite. Schau wie derpy die ausschauen. Aber das ist wieder eine andere Sorte. Ja das ist halt ein schlechtes Foto. Seht nur kein Glamour an oder was. Was gibt die Katzenart die Ragdoll heißt? Ja erzähl ich. Ich weiß es nicht. Pfff. Du weißt nicht mehr was Katzen sind. Wenn es nicht Final Fantasy gäbe. True. Kritische Treffer plus 8% Alter gekochte Eier. Beste. Kommen wir jetzt 10 Stück von. Ja die hat Ridge auch. Ja Ridge hat die geschenkt bekommen. Zu 10.000. Oh. Weil die kleine Eier hatte ich deshalb. Ja. Ja. Du du du. Du du du. Ach stimmt, es gibt auch irgendwie so komische Schatzkarten, sehe ich jetzt gerade in der Gruppensuche, Schatzkarten-Suche. Ach ja, da gab es ja noch so ein Feature, das war nicht so neu. Hier ist noch eine andere Gruppe, die verschlungene Schatten sucht, eins von Duki-Charm. Kann dir kein Lied geben. Die suchen zwei Tanks, einen Heiler und drei DDs. Ich guckle. Ja, du kannst das selber suchen, in Gruppe, also unten sind ja diese ganzen Fenster. Gruppensuche. Und dann musst du auf Raids gehen, das ist das gelbe Symbol, und dann siehst du ja da schon verschlungene Schatten eins. Raids. First time. Ja. Beitreten. Gucken ob das geht. Ey! Was ist denn? Allianz oder Gruppe? Das ist ne Gruppe. Die zwei spielen genau dieselbe Scheiße wie wir. Na scheiße. So greifen und roheln nicht. Stimmt. Das hört sich nach fucking gut an. Wenn ich Mikote auf Google eingebe, dann kommt irgendwas über Michigan. Sehr gut, wir sind die top secret race. Wir sind zu spicy für Google. Oh, ich hab safe search off. Google für dich entschieden, nope. Er ist nicht bereit. Er ist nicht bereit für das. Wow, was für eine Army-Fresse. Alter, was für eine Army-Fresse. Ich hab den Eindruck, wir warten jetzt hier länger als... Ja, glaub ich auch. Zu spät. Ja. Es ist wirklich zu late. Coils, Coils, Coils. Ah, vielleicht auch nicht. Oh, der Malte. Mal, nein. True Maltese. Yo, Malte, what up? True Maltese. Wer sind die Malteser eigentlich? Die Bewohner von Malta oder den Orden? Weiß ich nicht. Weil, ich kann mich noch daran erinnern, dass... ...Legend of Total War hier. Irgendwas gemeint hat, dass er... ...Maltese ist oder irgendwie sowas. Ach. Ja, what? Okay. Ja. He has Maltese blood. Ja, dann ist er halt... Aus Malta. Ein Anglo, dessen Vorfahren auf Malta gewohnt haben, weil Malta eine... ...englische Kolonie war oder ist. Mhm. Und dann... ...haben sie ihn nach Australien geschickt, weil... Also, echt. Sounds like a true story. Meine, ähm... Ich hatte eine Lehrerin, die aus Malta war. Disgusting. Mein Beiland. Sie sah halt aus wie 1-1 aus wie aus... ...Great Britain. Br... 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 Wa... I don't know what it means. I don't know what it means. Me neither. Bruvah. Bruvah. ... Hier steht ein Genji. Hat's auch schon mit... Hm? Der den Boden wischt. Ah, okay. Oh, der... Der trägt ne Cappy. Will our item level drop down to ARR? Achseloch. ... Riverside motherfucker. The Catboy natürlich. So wie typische Teenage-Boys irgendwie. Ja. Yes, it should be synced. Please, sync. So so one-shot ich da ja alles. Wieso auf der Eingang? Hm. Malte hat uns verlassen, weil es nicht gesinkt ist. Oder ist es gesinkt? Nobody knows. Aber ich glaube, er kommt wieder, so wie es das angehört hat. Er hat geschrieben, have a good rest of the day, also... I don't know. Ah, okay. Ich dachte jetzt hat jemand anders gesch... Ah, ne, Moment. Wolkenroost. Kann ich nachgucken, ob das gesinkt ist? Hm, sieht nicht so aus. Hm, sieht nicht so aus. Hm, sieht nicht so aus. Myth of Growth. Fungal Growth. Äh, Gudrun? Hm, hm. Ach, das ist eh die Frisur, die ich meinte, die nicht mehr verfügbar ist. Hier, post. Hä? Die kannst du dir im Gold Saucer kaufen. Ja? Ja. Für MGP. Die hab ich ja auch. Gut. Noch kannst du sie dir kaufen, die gilt nämlich, geht nur noch, wenn das Event, was gerade noch ist, aktiv ist. You fucking kidding me, wir sehen Gold Saucer. Ja, kostet 5000 MGP oder so. Muss zum Magazinverkäufer. Ja. Wie heißt sie, weißt du das? Ah, ich kauf mir alle. Es gibt nur zwei, ich kauf beide. Alle. Schwarzer Keurel. Ja. 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 Wenn du gehst. Ja. Das war's für heute. Glück, kaktorlose, ja, her damit. Hast du noch nicht gekauft, damn. Heute noch nicht. Krass. Ich select hard. 1600, yes. Das sind 19. 15. Jawohl, 15k. Ja, yes. Geht's jetzt? The wind is everyday, man. Doubt. Bis jetzt ist es einmal nicht gewonnen. Von viermal. Magazin moderne Ästhetik. Das war's für heute. Das klingt nach Bait, was du da gerade geschrieben hast. No. Steht hier. Just choose min eye level runs when you queue. Das war's für heute. Ja, guck, er nennt er mich Baiter, der andere hat's auch gefunden. Nur weil du schlecht im Google bist, brauchst du nicht andere Gaslighten. Ich hab dich trotzdem beleidigt. Pfff. Racist. Ja. Absolut unverdient, wie immer. Unverdient. Die Beschimpfung. Achso. Ne. Doch. Das war's für mich. Das war's für mich. Satan registriert. Tja, was machen wir jetzt? Nix. Ich glaube, dass viele auch nicht wissen, wie das mit der Suche funktioniert. Ja, ich bin pretty sure, weil das komisch ist. Ist Garuda extrem schwer? Was ist denn extrem für ein Schwierigkeitsgrad? Das ist noch hart. Mordredge. Noch ein Samurai. Bro, drei Samurais. Are you fucking kidding me? Spiel doch jeder Blonk. Stimmt überhaupt nicht. Ah, das sind so die Lootgallen. Keine Buffs für irgendjemanden. Bumm. Stimmt. Das war's für heute. Lalalalalalalala, ich schwirr in mein Auge in der Zeit. Because of a motherfucking retard, I need to activate the almonds. Was? Ja. Schon richtig gehört. Wusstest du das in der MSQ? Irbert, wenn du dich noch erinnerst, wer das ist? Ja, dann eh schon. Der voreshadowt, dass er, er sagt wortwörtlich, er würde sich lieber den Arm abhacken, als seine Kameraden zu betrügen. Hm. Und dann hackt, betrügt er alle und haut rauber an den Arm ab. Ja. Ja. Good point. Mhm. Blumermind. Blumermind. Haha. Haha. Jo. Jo. My weeb-sense is tingling. Warum? Ist noch ein Samurai gejoint, oder was? Du hast doch gar keinen Platz mehr für mehr Samurai. Okay. Ich seh's grad nicht, weil ich den Spriggern und den fucking Mogri besiegen muss. Haha. Chi. Nice. Verdammt, Spriggern, ey. Yeah. Let's go. Pong! Ich bin gewohnt im Hasen. Yes, ich gewinne. Ich glaub, die Rivera sehen als Kinder so aus wie Spriggern. Red Dragon gespielt, jetzt geht's los. Chi. Und? Drei Karten hab ich noch. Ne, vier. Komm, ich muss gewinnen. Dein abgelegter Zegel könnte deine Hand vervollständig. Let's go, dude. Place the stone, du bitch. Do it. Do it. Fuck. Place the stone. You motherfucker. Der Spriggern gewinnt, du Penner. Verdammte Spriggern. Das war so gut, das hätte nur einer in meine fucking Karte legen müssen. Aber ne. Hä? Oh, nicht. Der andere ist schon wieder gelieft. Nice. Kick Face. Oder einer Ink précた Wir haben ne richtige Knallschütte dabei. Hiiii It's easy alright, without a tank Mach einfach mehr zusammen rein Was ist denn der Typ? Kann das Zeichen nicht zuordnen Was der ist? Ja Das ist ein dummes Herz Ja, aber was für eine Klasse Es ist kein Dragoon Es ist kein Samurai Es ist vielleicht ein Summoner Es ist kein Black Mage Es ist kein Red Mage Es ist kein Barde Es ist kein Ninja Es ist ein Summoner Das haben wir gleich Oh, das ist Level 80 Sickbro Wie soll ich das denn anfangen? Wie soll ich das denn anfangen? Wir haben nicht das Feuer Na klar hab ich den Scheiß vergessen, weil das immer die Bunny Girl spielt. Hast du schon einmal einen Blue Mage gesehen? Ich nicht. Ne, weil das auch ne Meme-Klasse ist. Die kannst du nirgendwo spielen, außer in Open World. Oder? Na gut doch, Rich hat Shiva damit gestern gekillt, also geht das anscheinend schon. Ah, aber... Ja. Nichts haben. Ist anscheinend Trash, aber nicht. Kannst du einen spielen? Ah ne, quatsch, man kann den nur bis Level 70 spielen, deshalb bist du den da gelaufen. One sec, I think someone wants to jump. Ich hoffe es ist ein Tank und nicht ein weiterer Samurai. Oh Gott, das ist ein Bank. Töne ein weiterer Samurai Schley. Ich hab mich über unsere Super-Secret-Kontakt-Perle, die nur so im Reißand kann, unterhalten. Das sind Becher mit einer Schnur dran, oder? Genau! Von der ganz langen Schnur, Rudi. Die geht über die Grand-Line. Ja, die ist unter dem Ozean verlegt. Smug-Clown hat sich eingeloggt. Smug-Clown. Sarko, Ebayn. E-Bayn. 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 O-Raa! I'm Storing. Oh Gott, my license was stabbing right here. Was? Teilnehmend. Wird doomed. Ja, näher sind wir nicht. Ich bin Level 8 und die würde nicht runterscaliert haben. Wenn die runterscaliert hat, dann sind wir am Arsch. Minimum Item Level nur Alkos runterscaliert, fucked. Ja. Du mit Gloom. Mit einem Tank schaffen wir das nicht. Skipp habe ich auch schon aus. Ja, der hat dich runterscaliert. Okay. Bissere Transmog. I figure not much. Dann wird es ja easy for uns. Nice. Let's go. Create the metal. Control the metal. Was? Du erhältst? Erhalte ich Belohnung oder erhalte ich keiner? Das ist jetzt hier die Frage. You do. But you don't. Fuck off. Fucked. Where the fuck am I going? What the fuck am I doing? Ah ja, hier ist der Boss. Die stirbt jetzt eh in zwei Hits wahrscheinlich. Hold the metal. Oh fuck. Control in Metal Ja, Garuda extrem Das ist ein Duki-Chun Das ist eine Aura-Frau mit pinken Höhren Da dreht er so verdammt Du Buffalo-Bildel Ich bin ein fucking Buffalo-Dich-Hörner Ja, die Mucke ist nice Du kannst doch alleine laufen, oder? Als 80er Ja, probably Hey Kaku Hey Kaku Höhren P Woher die loot at? Ja, wo ist der loot? Ich dachte mir doch, ich singe keinen, weil ich gesinkt sind Das ist Waste of Time Ich muss nicht gesinkt sein, doch ich muss auch gesinkt sein Und deswegen musst du doch irgendwas droppen Ja, ich meine Farmruns gibt's, also So, Cock-Ass Cock-Ass Cock- Whatever Skimmitybump Oh my god Oh my god Ahhhh Dying Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Ja Hier Bedarf Oh, der Ring ist auch gut aus Bedarf 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 Und Bedarf Und okay I thank you very much And Son of a bitch I'mma I'mma get out of here Du Sack Piss Boah, hier gibt's so viel zu leaden Also ich verlasse die Gruppe, wir können jetzt garuda laufen Ja, das ist ja furchtbar Ja, klar Was ist das denn? Have a fucking trashy Oh, I think it's a bad It's a bad Control the metal Ah, nicht einen Loot hab ich willkommen Okay, keine Recommendation Ah, okay Du bist da schon raus Ja, klar I'll fuck the fuck out of there Ich muss mich dann aber einladen Oh, come roll the metal Wir fahren ins Rondelle Hat das Geld Kaktor Kletterwand gekraxelt angepasst Nice Austritt aus der Gruppe fehlgeschlagen Kommst du da jetzt nicht mehr raus? Kann nicht Ja, weiß ich, ob wir das nächste angemeldet haben Mhm Ob ich jetzt da mittendrin liefen kann? Weiß ich gar nicht Too bad Kann ich? Ne, kann ich nicht Kann ich doch Das ist verdummwendig We cannot leave Du kannst schon mal ne Gruppe aufmachen, wenn du möchtest Ich spieg grad Triple Try Hard dabei auf Okay Oh, ich muss anfangen Oh, ich muss anfangen König Elmar der Dritte Elmar Ich hab meine Karte gecomboet Motherfucker Bedarf 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 Geh Bedarf Das war's schon Okay Run Blassen Draus hier Uff So Ja, ja, gleich, ich muss das Triple Tri-Art noch verlieren. Okay. Fucking Elmar ist zu gut. Elmar. Garuda ist Gott sei Dank hier noch ein Tank und DPS fährt. I don't like that. Schwierig Inhalte. Fucking Elmar, du. Du Schwanz. König Elmar, der ist unbesiegbar. Ja, war doch nur Witz jetzt. König Elmar fickt mich schon seit drei Jahren. Schon, dass ich so eine körperliche Beziehung habe, über drei Jahre. Hättest du auch gerne so was langwieriges? Ja, ich hätte gerne was langwieriges. Was festes. Geht gut. Or try dying. Oder so. Feldexkursion. Tiefe Gewölbe. Heißt das so? Ja, da gibt's dickere Kategorien hier bei der Co-Persuppe. Droppt da das Mount? Welches Mount denn? Das Pferd? Ja. Ist das unter Prüfungen oder? Ich rekrutiere jetzt selber. Warrior? Revolverklinge heißt das. Spiele ich vielleicht mal. Ich finde es eigentlich ganz cool. Barde? Black Mage? Black Mage? Ah, ein astrologischer wäre schon ein Gelehrter benäst-er. Der Insel. Inhalt. Prüfungen. Götter. Zenite Götter. Was hast du mir hier für ein Zitat geschickt? You can't take Sabans record when he was at Michigan State and when he was a coach in the Big Ten and put against mine he couldn't compare. Was? Achso, das kommt wenn man die Quote eingibt. Michigan irgendwas. Good. I figured it out. Die Regeln. Standard Sprache. Deutsch. Japanisch. Nicht wahr. Deutsch ist es gar nicht. Das ist zwei dunkle Darnäen. Ah, ne, Moment. Ist das jetzt synchronisiert oder nicht? Ähm, Bedingung der Inhalts- Mindestgegenstandsstufe und Kraft des Transzendierens deaktiviert. Und Teilgruppe möglich. Und Kraft des Transzendierens. Blablabla. Also das sind Dezenten Echoes. Ja. Nehme ich hin. Why the fuck? Warum nicht? Big Typ. Gibt mir Damage Buff, bro. Bedingung der Bedingung der Bedingung der Bedingung. Let's do this. Da ist noch eine Gruppe offen für irgendeinen. Ach, für Omega sogar. Mit, äh, mit einem Itemlevel und ohne Echo. Und der Typ heißt Gallywigs. Time is money. Hahahaha. I love you. Time is money. Das wird doch kein Booster sein. Ich glaube nicht, dass man ein Booster kann. Nur noch Minimal Itemlevel. You can. Und das ist ja kein Problem. So, wenn ich jetzt Anfragen habe, aber könnt ihr einfach joinen. Ich weiß nicht. Was könnte ich auch nicht? Hm. Nein. Ich weiß nicht. Anfragen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie pickt man eigentlich jetzt, wenn man kein Englisch kann? Ich frage nur über die Inhaltssuche, glaube ich, stelle ich das alles ein. Ich frage nur über die Inhaltssuche, wenn man ein Englisch kann. Ich frage nur über die Inhaltssuche. 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 2, 3, 4, 4, 6, 2, 1, Healer und Tank nur. Ähm... Trial. Easiest extreme trial. Warum extreme trial? Ist doch kein Trial, oder? Ich weiß nicht. Also, ich denke nicht, aber... Warum schreibt er es dann? Also keine Ahnung. Ich habe einen D-Bug. Okay. Okay. Das war's für heute. Gobe ist zwar ziemlich ein Clowns-Easter-Bait, aber ich hoffe ja, dass da trotzdem ein paar Leute China noch haben. Ja, das ist gut. Ich glaub mir als Wart kann ich jetzt auch nicht. Nö, passt doch. Damn it, geil. Einen Gruppe einladen und da können keine Einladungen die Eigengruppe verschickt werden. Das ist ein Bank hier an der Warte. Fuck. Kann ich die nicht einladen, wenn wir in den Inhaltsshoops sind? Ne, wir sind nicht in der Inhaltssuche, Gruppensuche sind wir. Achso, in der Gruppensuche ja, das sollte ja eigentlich geil sein. Geht vielleicht nicht, weil die die Quest dann nicht haben. Kann mir nicht vorstellen, dass die die auch nicht haben. Ich glaube nicht, dass die Amen. 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 Nice. Perfect. ...gelehrt hat. Ich erkannte den Schilden. Und ich heil die Scheiße dann gemütlich weg. In theory. Okay. 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 Ohhhhhhhhhhhhhhh Oh, wir sind voll. Was? Gut. So. Well. Ich hab den Inhalt nicht freigeschaltet. Steht es da? Apparently, ja. Eines der Gruppenmitglieder füllt nicht die Frau aus der zu viel Teilnahme, ja? Well, gotta go. Dann bin ich das. Ich will die Stufe davor machen. Die Stufe davor wäre bitte was? Hart. Ich sehe aber nicht hart, Garuda. Müsste erst mal das freischalten, oder? Müsste zu... Naja. Ich hab's bei Uri enger gemacht. Ja, die Quest eine neue Bedrohung Garuda hab ich, aber... Wofür ich mich da jetzt anmelden soll, steht da nicht. Bist du da schon hingeflogen, oder? Wo, wo Maketze denn die Quest... Vor dem Portal. Und ja, da war ich. Was steht da? Was steht denn da? Weil die Quest, die ich jetzt hab, ist... Zeniter Götter Garuda abschließen. Ich bin wieder da. Oh. Oh. Ich hab's mit. Oh. 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 Oh... Oh. Oh. Okay. So, also du bist jetzt praktisch nicht dabei, oder was? Wir suchen jetzt eher noch DPS. Jetzt aus. Takt. 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 Vielen Dank. Du müsstest dann alle drei Prime mal auf Hard spielen, oder wie? Was hab ich mit dir gemacht sonst? Eigentlich nichts. Was? 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 Das war's für heute. 3 DDs fühlen weh. 3 DDs fühlen weh. 3 DD fühlen weh. Ich spiel mir gerade. Fuck. 1 DDs fühlen weh. 1 DDs fühlen weh. 2 DDs fühlen. 4 DDs fühlen weh. Das war's für heute. Du musst aber nicht auf mich warten, weil das kann ja ein Track auf Dauer, wir wissen, wie viel das funktioniert. Okay. Okay, ne? Okay. 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 Waffhund hält über den Tod hinaus, gell? Jo, oder? Ich weiß nicht, erstmal hat er, glaub ich, immer nach eben tot gefressen Oh Wow Wenn jemand eine graue Wolke in der Koppe hat, ist er offline, oder? Als Klassensymbol Echt? Ja, das wusste ich noch nicht, aber gut Also, glaub ich Scheint vielleicht so zu sein B-b-b-b-baker Danke Probitos Sharingan, oh mein Gott So hast du unser Tank, das erklärt alles Ja So, los geht's Oh du Scheiße So schwellst du nicht He Lotta loot angler, lotta kann auch noch mehr Ich bin nur hier. Guck! Yes! Warum tut ich jetzt hier kloppen für, oder? Motherfucker Ja, endlich ein Tank. Jetzt sind beide Heiler-AFK, ich raste aus, ne? Ausgewichen. Jetzt muss ich kaum was holen. Nice. Jetzt sind beide Heiler-AFK. 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 Jetzt sind die Heiler-AFK. Oh, heil gewabbt. Ich hab auch so gut wie keine Steine mehr Weil Mr. Obito und fucking Rita das nicht Mr. Obito So, die Flüder jemals Gott, help us Uh oh Fuck Sorry Fuuuuh Bitte Bähä Bähä So ein bisschen Bridge stehen dabei. Okay. Thank you for letting me die, schreibt Mr. Obito. Toxic. This is fucking cancer. Okay. 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 Das war's. 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 Oh my gosh. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Man darf. Das war's. Das war's. Yeah. Du bist. Ich google. Ich google. Oh. Okay. True dude Was find ich hier wieder? Gobble noch und nöcher Du spürst das gesuchte Hochwild, was, wo? Südwestlich Fuck, wo ist Südwesten? Du lügst doch Nein Du kommst mit deinem Server in den Haut geputt Jetzt fuck you, Bloody Mary Dummes Sau, Alter, im One-Shot Nicht mal Das hält viel aus Ja, 100 Jagdabzeichnen Geil I like das, I like das Das sagt ja an, wenn's in der Nähe ist Doch, okay Brauch ich nicht mal googlen, kann ich einfach rumfliegen Was ist mit dem? Sehr gut gemacht für einen Fantasy Once again Wenn jemand so eine Kamera neben seinem Namen hat Also nicht diesen Filmstreifen mit der Cut-Sequenz Selfie-Modus Ah, okay Ich weiß nicht, wie man den macht G-Pose oder so? Nee Mach mal Slash-G-Pose Mach mal Slash-G-Pose Was spielt der da denn? Aha Oh mein Gott, das Klavier den kenn ich Das ist von irgendeinem Japaner oder so gemacht Das ist ein ganz berühmtes japanisches Äh Von einem japanischen Pianisten Wie heißt das? Fuck Jetzt muss ich's googlen, ne? Gruppenfotomodus ist das, aha Ja Japanese Pianist Pianist Da kommen natürlich wieder haufenweise dumme Scheiße, die ich nicht will Ach, f*** doch gar nicht Geiiiit Neue Gate G luiiit Gayuit Guiiit Guiiiit Die drittenlacks Deine Registrierung wurde zurückgezogen, warum? What? Warum wurde die zurückgezogen? Hast du uns registriert? Ja. Oh, ups, sorry. What did you do? Ich dachte, das wäre noch aus irgendeinem Grund angemeldet. Ich wollte mal schauen, was für Stassen laufen können. Aber ich wusste nicht, dass wir angemeldet sind. Was willst du jetzt genau? Garuda. Es war halt noch Garuda Extreme gelistet, also angewählt. Achso. Na dann, good luck. What? Willst du irgendwas laufen mit dir? Das machen wir weg. Kein Inhalt ausgewählt, was? Okay, entweder Garuda oder Leviathan. Ich habe jetzt beides ausgewählt. Okay. I don't fucking care. So, was kann ich mir jetzt für die Yachtabzeichen kaufen? Fettes Gear, will ich doch hoffen. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Das schaut sogar richtig gut aus, ey. Damn. Kann der S-Mongos wagen nicht zu streamen? Kaffe ich mir. Echt? Streamt der nicht? Na? Warum streamt der nicht? Sein Wichser, was soll ich sonst machen? Fett bestimmt gerade. Harte Arbeit. Na, die Hose ist ein bisschen schäbig, wenn die Kaufmanns sicher nimmt. Hehehehe. Schäbig. Na, die Boots gefallen, man. Das sind so Clown-Boots. Die gehen so spitz nach oben, I like it. Ja, fuck it. Komm, Kaufmanns-Johose auch. Ah, nicht genug. Shit. Ich brauche mehr Yachtabzeichen, Bro. Ich bin immer noch nicht hoch genug anscheinend. Ne. Um das zu machen. You have to level up way, 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 way. Wie farm ich denn? Wie farm ich denn? Wie farm ich denn? Ja, du brauchst nicht nur die Abzeichen. Du musst auch noch diesen komischen Bestiarium-Log füllen. Du weißt, ich muss was zu viel machen. Naja, musst du, musst du. Befeuer. Motto, Motto. Jetzt halten hier mein Abo. Tja. Satoshi. Bestiarium. Ich muss mehr Schattenbilden töten. Ach ja, ich erinnere mich. Gut. Gut, dass du dich erinnern. Fuck, I'm doomed. Warum? Weil es ziemlich tedious ist, weil ich noch fast nix hab. Tja. Na? Du wechs. Oida, jawoll. Eigentlich brauche ich nur noch ne Facemask. Damit es complete ist. Gut, dass ich es schon erhabe. Kurz anprobieren. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Oh, reepa. Hell yeah. Damn. Nordwald Flüsterhain. Ah. Uh. Was für'n Hain? Flüsterhain. Ja, Flüsterhain. Flüsterhain. Disgusting. Disgusting. Hell yeah. Hehehe. Woodbang. Powerwood. Mit Anlauf. Powerwood. Mit Anlauf würde ich da rein wooden. Woody Woodpecker. I need to get laid. Nah. Nah. Tut einfach alles was ich sehe. Alles. Racist. Alles vernichten. Was ist mit deiner Healer-Magic passiert, ey? Oh, fünf Minuten, ne? In fünf Sekunden gibt's, äh... Queue. Open. Fake News. Gut, die Sekundenanzahl steht nicht dabei, aber... That Benefit of the Doubt. Da steht weniger als fünf Minuten. Oh, true. Das hab' ich jetzt gekonnt ignoriert, um dir zu helfen. Jaja, ist schon klar. Get rekt. Allgemeinbildung, wieder mal. Get rekt, dude. Ach, ich mach hier in Ruhe mein Bestiarium. Ja, mach das. Sammel deine Pokémons. Ja. Friedensgarten, Madud. Friedensgarten. Fucking stupid. Du kannst selbst das äußere Aussehen deines Hauses verändern, übrigens. Hm. Yes. Ja, irgendwie fern. Das kannst du machen. In Limsa steht so ein asiatisches Architekten-Ding. Dann stehen da teilweise so mittelalter europäische. Diese weiß-braunen. Erinnern sie sich? Wissen sie, was ich meine? Ne, ich erinnere mich an gar nichts überhaupt generell. Stimmt, du hast ja fucking Alzheimer's an. Mindestens. Warum rede ich überhaupt mit dir, ey? Wer bist du überhaupt? Ja, okay. Wer sind sie? Deshalb hat er die Queue abgebrochen. Wolltest du vergessen? Was machen sie in meinem... Wolltest du vergessen? Oh Gott, ey. Was machen sie in meinem Kontaktperlen-Netzwerk? Komischerweise bist du da gar nicht bei mir drin. Ne, wir haben uns da noch nicht gesynkt. Stimmt. Ja, ich hab Alzheimer's. Ich darf das vergessen. Was denn vergessen? Genau. Ha! Hu! Grünzäden! Immer noch mal, dass dieser fucking Urbito das Mount bekommen hat und nicht ich. Was machst du, Alter? Ja, Autismus ausleben. Fucking Autist, ey. Bist du schon geimpft? Ich werde nie wieder in Kinos oder Bars rein dürfen. Nee. Aber was willst du da auch, ey? Mein Geld ausgeben. Wow. Wow. Die tun dir einen Service. Das darfst du denen aber nicht sagen. Hm. Aber dann kann ich ja nicht mal mehr ins Bordell. Doch, die brauchen immer Geld. Außerdem gibt's Escort, die kommen zu dir. Ah. Die brauchen Escorte. Ja. Ja. Das ist genau das, was du brauchst. Geläuterter Stirnreif des Verstümmelns. Ein Stirnreif des Verstümmelns. Ja, ein Stirnreif des Verstümmelns. Ja. Don't question it. No. No. Mistfliegenschwarm, dude. Vom Held zum Peasant. Mhm. Das ist die andere Erfolgsjourney, die es außerhalb Amerikas gibt. Der Honighof im Ostwald. Komm mir vor, jetzt würde ich irgendwie am Land unterwegs sein. In Bayern. Bist du auch. Bist du auch. Bist du auch. So, Gildruckmaschine macht Brrrr. Da ist der Honighof. Sie brauchen noch mehr Geld. Der Monat war wohl, äh, oder, oder. Söhne... Oder, 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 oder.. Scheiße, die dampfen meine Preise schon wieder. Schweine. Würd ich niemals tun so was. Du würdest es niemals unabsichtlich tun, ja. Kapgeier, Kapgeier, da ist er, was für ein Geier, Kapgeier, keine Allgemeinbildung, genau das mein ich, kenn dich schon seit ganzen 5 Sekunden die Dinger und du, seit 3, toll, fuck you, echter, so ein Heretic, ich glaub meine Materia verkaufe, Level 2, Baumschnecke, eine Million Goll, Gil, sind übrigens 3 Euro wert, Goll, goll, fuck ass, yes gold jetzt, wann öffnet sich die Scheiße mal? oi, der galleisches Leichtmetall Verbindungsstück, 2300 Gil verkaufen so, nochmal, wann öffnet sich die Scheiße? wenn du auf Tank rerollst ne, fühle ich nicht nein, Norsk FC mit relativt nie FF14 Spillare, par Utkick, Utkick, Etterflere Nordisk, par Lighting Etteret, frekompeten ingen Huss Endermen, wie Kjora Buffs, komm abli mit Davel weiß bescheid du hast es bestimmt falsch ausgesprochen natürlich, weil eigentlich steht da we are the slayers is recruiting no pressure or anything we run dungeons for you, with you help craft stuff and generally just have fun large in Ausrufezeichen FC haus haus et cetera to join right click my name and chat send tell rosy sweet song heisst die rosy suck my dick dude suck my dick dude duuude baumkrone bussard bussy ja ja das ist die abkürzung für baum tussard tussnell tussnell duuude tussnell tussnell ich find tussard besser hätte ich gesagt ne tussnell da ist super, weil es aus Rome kommt or something like that i dont remember ich erinnere mich nicht hehehe hehehe äh kenn ich nicht, das wort gibts nicht ach ne, stimmt alles was ich noch niemals gehört hab, acceptiert nicht du bist super liberal du bist super liberal hehehe 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 uuuh burn uuuh ja stimmt ja but is it true? yes it is the truth alright it is the truth then was für ne pose hast du? ähm, die auf chocobo sitz pose ja was? hehehe da hinten ist einer in der Ecke und arbeitet ganz alleine, ich stell mich immer zu ihr und beobachte sie creep ja, ist wieder ne Aura magst du meine Aura nicht? ne du bist sehr angenehme Aura haben schon viele Leute gesagt die Player Recommendations zählen nicht 5.000 Stück kill all the Baumhörnchen verstrichende Zeit, 14 Minuten was ist das für ne Aura? das ist ne Dragoon Aura die lächelt das darf nie wahr sein hm slash spit jona tepesch chad unlucky gamer chad dein Gehilfe hat galleisches Leichtmetallverbindungen auf Limsa-Luminsa-Mark verkauft chad hehehe hehehe lauwe net doch du lauwest du wieder eeeeee ah der Typ oh mein Gott da sitzt ne Aura auf der Bank ja mit so'n fetter ich weiß nicht was es ist ok es ist ne andere Aura-Typ der kniet vor der ja der doing things oh das ist fucking disgusting ja hier schon besser ne Aura der vor ne Mikote kniet die komplett pink ist that's right eine Aura die vor ne Mikote kniet ja 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 die Mikote ist komplett und pink und sieht furchtbar aus aber egal haha habsrinn Massimo fucking disgusting planfix lauschtieb execution woommt was macht ein fucking kobold ein schüchterner goblin, der goblin händer plantfix lauschlieb benötigt dringend hilfe fuck you, ich helfe keinen goblins oh mei oh mei fucking limsalominsa hat ihre wucherpreise die steuern halt so hoch ja, sind zu 5% oh mein gott fucking fucking viera tussi hier macht sicher einen gunbreaker dran der krassütige samurai ok, das hasengorn hat auch mal Spaß i'm starting to like it uuuuuh i'm starting to like it insta- uuuuuh ich weiß das ist mir zu schwer und keine baumkronenbossade mach die Augen auf hat dich geholfen wir sind in dem baumkron aber nur wenn du es beliebst if you don't believe it you won't be i'm somebody you won't be somebody too volles guild tripping dein gehilfe hat 35 projektionsprismen auf limsalominsa verkauft perfect verkaufst du die beim npc und verkaufst sie immer h nee verkaufst du die beim npc ich verkauf die beim npc und kauf sie immer h ja genau das hat jetzt einen moment gedauert ich dachte mir kann das sein kann das wirklich was wir mit Bullshit gebrabbeln machen is it true is it true or i don't know mostly bollocks true fuck das ist flack keine baumkronenbossarde die haben wir schon ausgerottet da steht auch immer dabei in welchem gebiet die zu finden sind ja tiefer wald zwieselgrund da fliege ich grad rum ja du bist ein gradönier ja kein wunder find ich auch nix ist die natur voll out of balance wegen ganzen droiden hier im cancer katana des baumgotts das kauf ich mir damit küll ich jetzt seine ganzen baumkronenbossarde ha 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 nevermind das kostet mich milliarden an gold ha saved by capitalism ich frag ihn ob ich es mir kurz ausleihen kann für ein gutes Wendlein ich leise mir auch Fragenzahlen nach ja auf die art könntest du ja auch eine Atombombe kaufen true genius du musst das nie zurückzahlen weil ich spreng die einfach nicht ha 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 genius warum tut mein Kopf so wie ich weiß nicht wahrscheinlich weil wir immer noch keine Q gefunden haben ja verdammten schleier dumpster woman heißt ja eine dumpster woman oh das ist ganz schön kinky also möge ich nicht finden gut wow modifizierte eischuhen 1,1 million gold mf warum ist die scheiße so teuer oh kiel der wald wir wollen noch ins bordel wir wollen noch ins bordel und auch die Q-zone weg ich will nicht das und ich bin 20 oder 20 ah ich guck mir mal das Wohngebiet in Gredani an vielleicht kaufe ich mir dann was Ah, da ist ein Baumkronenbossard. Und war er da, wo du es suspected hast? Absolut nicht. Too bad. Warum läuft das Goldsauce auf dem Gredania Wohnungsviertel? Wie scheiße ist das denn? Läuft da echt? Das kann er jetzt gar nicht glauben. Warum läuft da nicht Titan Ost? Weil Titan der Limsa-Boss ist, deshalb. Hm. Da ist was dran. Aber du spielst keine Rolle! Doch. I'm right. No. Doch. Factually actually correct. As usual. Jetzt hab ich den einzigen Baumkronenbossard getötet. Hättest du ihn mal fortpflanzen lassen. Ja. Du Pösewicht. Jetzt wo ist dieses scheiß Gebäude, wo man sich Wohnungen kaufen kann? Oh, die Roleplane. Oh. Spuck. Slash. Krass. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich daran vorbeigeplogen bin. Na, fliege den random Chocobo vorbei. Ach, my immersion is weird. Ich fliege rein und mach Furzgeräusche. Genau. Faced. Würde ich auch machen. Ne, würde ich nicht. Ich kann's für gebannt werden. Das ist bad. Ja. Das ist griefing. Die wollen das beweisen. True. Good point. Du machst gute Argumente, um böse zu sein. Das ist echt nett. Die können jetzt einfach... Die können jetzt einfach... Die können jetzt einfach sagen... Äh? Der ist mir das Bild geflogen? Wir haben grad gespielt, dass wir alleine im Wald sind. Und so alles im Arsch. Bam. Genau. Boom. Wieder 100 Stunden im Arsch. Richtig. Wollen wir verfordern von... Hehehe. 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 Here, who you think. Naaah! Hehehe. 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 Wie gefällt dir das nicht? Am vierten Mal wird's irgendwann öde. Hehehe. 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 Versteh ich nicht. Ich glaub ja... Das ist doch keine Allgemeinbildung. True. Blödung. Allgemeinblödung. So. True. 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 Deshalb bin ich so based. Ich möchte eine Wohnung erwerben. Es tut mir leid, aber es sind keine freien Wohnungen. Vor allem alles Opfer, die sich hier ein Haus gekauft haben. In Kripp Daniel. In Wohnungsnot. Fucking disgusting. Wer möchte denn im Wald wohnen, ey? Pfff. Spit on you. Ich starrt. Groß und geheimnisvoll. Du rotverdummter Baumbus. Nein! Jetzt hat mich jemand umgebracht. Ah, da sind noch mehr. Hast du endlich gefunden. Ja. Ich hab das Nest gefunden. Und alle ausgelöscht. Zeit wird sein. Du Kelchkuppe. Schon. Hat nur ne Stunde gedauert. Bei der Ulda. Uh. Ulda. Ulda Wohnungsgebiet. Pogchamp. Pogchamp. Actually Pogchamp. Actually Pogchamp. Ey yo. Da war ich noch gar nicht, glaub ich. Wow. Das ist fett auf dem Berg. So auf einem richtig fetten Mountain. Du kannst ewig weit runter gucken. Uh. Super. Aber. Also jetzt grad nicht, weil fucking Nebel ist, aber. Uh. Es ist ein guter Tag, um seinen Abfall einfach runterzukippen. Und das ist. Auf jeden Fall true. Damit will ich nicht sein, dass ich sowas machen würde, aber. 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 Erstmal zum Honigtopf. Nanamo Windrad. Oh ne. Ah, warte mal. Was ist das denn für ein Base Chocobo? Krass. Das sieht meins ja richtig schäbig aus im Vergleich. Ja. Ist allgemein true. Es sind keine freien Wohnungen zu haben. Wir verdammten Ausflöcher. Aber ein Towerback ist noch ne Wohnung frei. Das ist ne eigenes, instanziertes Gebiet. Aber jeder kann rein. Verdammter Honigtopf. Hast du ja immer noch nicht fertig, die Scheiß-Quest, ey. Gut. Oh mein, jetzt gibt's doch nicht. Ja. Kann ich wahr sein. Das ist immer zu krass für mich. Ah, da ist denn sie. Die Spackwurst. Er ist weggebombt. Toll, ey. Wir haben einen Mongo rein und bombt die weg. Im Gildenhaus hier. Und ich kann's nicht benutzen, ey. Motherfucker. Hobelnjäger. Ich will aber kein Haus im Chirugane. Chirugane suckt. Wieso? Boiler? Nö. Dir kann's ja gefällt. Dir gefällt's wahrscheinlich. Aber ich find's scheiße. Ja, aber. Ich weiß jetzt schon, dass es mir gefällt. Ja, siehst du? Tiefer Wald. Ah, ich bin schon jetzt nur Zwieselgrund. Doch. Hast den fucking Zwieselgrund. Nee. Du immer. Du immer Gas. Lüchner, du. Ich bin lieber Müllenbruch. Du Lüchner. Das sind keine freien Wohnungen zu haben, ey. Ihr gottverdumden Pöner. Fuck. Gott, ey. Ich weiß, dass die ganzen Spieler wieder aufhören, ey. Fuck. Ah, das kann dauern. Nee, irgend so ein Japaner wird seine dreckigen Griffel schon nicht bei sich halten können. Das wird schon passieren. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Das wird automatisch bedeuten, dass das Game crashed. Maybe. Ah, Leuchtkäfer, du. Kill'em. We're trying. Übrigens, du bist ja ein Bestiarium, gell? Ja. Drück das mal und dann siehst du bestimmt die Flagge, ne? Ja. Klick mal drauf. Oh, sick. Das sind die Mobs, die du töten musst. Ah. Das wusste ich natürlich. Vielleicht wollte ich das ja gar nicht. Aber was ist mit dem Baumkronen-Bussard? Irgendwie muss ich den umbringen. Das ist ein Lie. Das ist ein... Das ist ein fucking Lie. Das ist ein fucking Lie. Oh, was für eine Waste of time, I do. Ja, nur wenn die scheiß Q nicht aufgeht, ey. Ja, den Brunnen. Echt, die Q geht nicht auf, wenn du die fucking Bussardet nicht gefunden hast. Ja. Also, Game Master beobachtet mich. Schwitzend. Mit dem Himmel umlegen, aber ich find's einfach nicht. Die Theorie haben wir aber auch schon seit StarCraft, dass irgend so ein Game uns einfach richtig fickt, ey. Seit StarCraft, ja. Der fucking David Kim. Der fucking David Kim. In StarCraft waren's einfach nur die Map-Hacker. Ne, bei Map-Hackern. Das lag mich im Game. Das waren nur die Map-Hacker. Du. Er ist wahrscheinlich der größte Rapist von allen, ey. Ja, deshalb arbeitet der doch schon lange nicht mehr. Damit sie nicht rankriegen. Boah, ich hätt's ihm so gegönnt. Ich dachte, er ist bei Hotz oder so. Ne, der ist schon lange weg. Der hat jetzt so ein eigenes RTS-Studio eröffnet in der Premiere. Hm. Ja, ich koch mir kein Game von ihm. Ich schenk's dir. Ich verbrenn's. Dann schick ich ihm den Tool, wo ich verbrenne. Ich schenk's dir nochmal. Ja, passt. Dann schenk ich dir die digitale Version. Ja. Gut, dass Daten irgendwann auch kaputt gehen, wenn man die nicht ständig speichert. Ja. Ja, es nennt sich Data Rod. Google it. Hab Alex Jones gehört, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das hab ich von einem Base Lawyer gehört. Data Rod. Ah, ich versteh. Aha. Der Data Rod. Streamst du noch? Ja. Okay. Das ist ja unspektakulär, weil nicht versehrt. Ja. Achso, dass ich zum zehntausendsten Mal vom Kugane Tower runterfalle. Errillenbrunnen. Please. 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 Es kann nicht sein, dass ich in einer halben Stunde nichts mache, alter. Please. Pepe, please. Und bitte nicht leweifeln, weil der ist schwer. Ja, ich hab keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ja, du musst heilen. Ja. Achso. Du hast mir das gesagt. Ja bitte. Oh man. Ich bin jetzt relativ für Ultimate. Mit dem Knowledge. Ja, ich weiß, dass du sagst, ja. Based. Ich hab das all die Jahre nicht gemerkt. True. Und ich hab dir immer gesagt. Sag. 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 Ich log gleich hause. Wie stupider ist. So. Ist ja auch schon spät. Entschuldigung. Stupider ist. Wie zum Fick bin ich da vorne hochgekommen, oh mein Gott ey. Ich muss gleich auch Affirmations anmachen wie Rich. Kauf dir einfach ne Leiter. I think. Wie, was sagst du? Safar. Was? Ähm. Safar glaub ich ja. Ne, sagst du jetzt. Think here, feel. Wie. Genau das sagst du. Äh. Feel. Fear. Think. Der wird doch schon gebrainwashed und dann merkt er sich's nicht. Genau mein Problem. Ich hab nichts gemerkt. Du bist... Kann nicht endoktriniert werden, weil ich will nichts gemerkt. Du bist der Anti-Brain-Warsher, dude. Du vergisst einfach alles. Crazy. Wie war das im Sieg? Was? Ich hab's vergessen. Du bist erschossen, weil du alles vergisst. Ja. food. Huiss. So boah. Boah, ich hasse es, Bistiarum. Doch, ich find das eigentlich nütz. Dann ist es kein Wunder, dass du es hasst. Auf ins östliche Tannalanaana. Warum magst du das nicht? Das ist doch super straightforward. Weil ich mich so dumm anstell' gerade. Ah, deshalb. Ja gut, der kennt ja nichts für. Doch, wer sonst ist der einzige, der hier ist. Irgendwann kann er was. Außer mir musst du was dafür können. Ne. Selbstverschuldete nennt man das. Selbstverschuldete Unmüdigkeit. Was für'n Ding? Hm, überleg' mir grad. Soll ich oder soll ich nicht? Was? Dich bilden. Was Unmüdigkeit ist. Selbstverschuldete Unmüdigkeit. Selbstverschuldete Unmüdigkeit. Was für's. Was für's. Was für's. Was für's. Was für's. Was für's. Am I wrong? Ich mein... No. Ja. Nein. Das ist kein Problem. Ja. Das ist das Gute an mir. Naja, das kann ich als so dumm ausdrücken. So unelegant. Ja. Ruiniert sogar Bildung. So ein Kumpel hier hat mir schon lange keiner mehr gemacht. Ja. Kein Problem. Danke. Ich werke da hart dran, jeden Tag. Du twerkst hart dran, ja. Ich twerke. Aber nicht gratis. Du kannst nicht alles so unelegant ausdrücken. Ja. Doch. Das ist ein Schmutz ziehen. Und direkt du. Doch. I am du Schmutz. Jep. Das macht's nicht schlimmer, wenn du mir zustimmst. Doch. Nein. Co... Coop. So. Coop. Ja. Coopium. Ja. Coop. Feinstes Coopium. Kann man's produzieren? Kann ich's verkaufen? Das ist die Frage. I wish I could. I would be rich. Du musst eh... Du musst eh... Verbrauch der Hoffnung einfach in Flaschen füllen. True dude? Ja. Ich hab so viel Materia grad verkauft, ey. Poggers. Materia. Jure. Krakela Imp. In Halatali. Scheiße, das bist ja, ne. Weil ich mich so doof anstellen. Nice. Highlight of the day. Östliches Talanana. Hast du Garuda extrem schonmal gekillt? Nee. Das war mein erster Try heute. Ist so. Krass, bin ich jetzt vor dir, Poggers. Ja. Ja gut, bist du generell also. Ja, okay. So war es nicht gemeint. Warum kann ich den einen Jump nicht machen? Ich bin echt... Das ist zu schwer. Ja. Ich hab nicht genug Plattformer gespielt, weil ich mich immer mad mache, die Scheißdinge. Also bin ich grobmotorisch, also dürfte ich eigentlich einen Behindertenbonus kriegen. Ja. Snatch. Du kannst nicht jede Behinderung absahnen. Doch. Blinder Autist. Mhm. Und jetzt ein Grobmotoriker. Ja. Ich hab alles. Volle Packung abgekriegt. Voll dumme Kombo. Blinder Autist und Grobmotoriker. Ja. Fuck. Das ist doch nice. Es geht. I have no issues. Ja. Ja. Ja, weil du nix... Ah. Du bist mein Krakeeler-Imp. So gut, ey. I'm legally blind. Autistik. Legally Autistik. Du bist ein verwahrloster Mischling. Und Kruppendruck. Damn, das ist voll die harte Beschimpfung. Ich musste gerade überlegen, ob du das im Questtext gelesen hast. Nein. Du bist ein verwahrloster Mischling. Ne, es ist tatsächlich ein Mob hier. Echt? Mhm. Na, ich dachte schon. So ein Chor- Chorl. So schnell kommst selbst du nicht mit so... imposanten Wörtern um die Ecke. Hm. Oh, ich hab den Jump geschafft. Nice. Easy clap. Now fall. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Too good to fall. Cool. Yes. Sie haben so random Positionen ständig Leute stehen. Ist voll weird. Weird, dude. Shit. Weird, dude. Kann ich eigentlich Single in low-level Dungeons sein? Single. Single. Single, ja. Single, ja. Alone. Du kannst immer Single sein. Oh, nice. Fuck. Irgendwann musst du geimpft und verheiratet sein. Nur. Ich bin legal blind und Autist. Darf ich nicht. Also der Autismus wird dich vor der Heirat schonen. Ja. Und das andere hab ich vergessen. Das andere kann ich mir nicht spritzen lassen, weil das eventuell Probleme mit meinen Augen hat. Ah ja, genau. Fiesig. Also bin ich jüdisch, also nehm ich das nicht. Das kann ich leider nicht bringen, weil ganz Israel schon geimpft ist und die haben trotzdem noch Corona. Ja, passt so als ob es nichts bringen würde. Und daher, in Israel haben sie jetzt auch das mit den Augen entdeckt, also daher kommt das Pfizer-Ding ins. Haut, äh, in Haut, Augen, Irritation auslöst. Get wrecked. Pizza, Pfizza, Pfizza. Pfizza, Pfizer. Pfizza, Pfizer. Das irritiert mich immer ein bisschen, weil es gibt ne Brotsorte, die Pfizza heißt. Pfizza? Der hat ja immer gekauft. Er kauft ja doch. Ist bestimmt gut. Kauft ja. Ja, das gespritzt ist und versteckt. Nee. Wenn du da reinbeißt. Ah, das versuchen sie irgendwann noch. Heute habt ihr die Postbote in uns erzählt, dass in so einem Park bei uns in der Nähe halt eine 18-jährige vergewaltigt wurde. Und da bin ich auf Politikversagen gegangen und ich stand da auch drin, fand ich lustig. Alter, Politikversagen ist so gut. Ja. Beste Seite. Ich würde gerne mal die Leute kennenlernen, die die Seite leiten. Ich nett. Das sind bestimmt Reisburger. Warum nett? Wie nix mit zu tun haben. Sind die dir zu rechts? Ja. Die sind mir zuwider, verstehen sie? Nee. Tja. Krakeeler Imp. Krake... Was heißt Krakeel? Brüllen. Recht? Ja. Krass. Finde ich passend. Rumkrakeelen. Ja. Das Wort assoziiere ich irgendwie halt mit Hals oder Krächzen oder so. Primo hat wieder eine neue Vokabel freigeschaltet. Ja. Inhalt nun verfügbar. Inhalt nun verfügbar. Leichter Trupp. Ah, Deutsch Extreme Mode. Mit dem Item Level, no echo. No school. No care. Ich melde uns jetzt ab, weil fuck das. Ja, okay. Geht ins Bett. Ah, ich auch. Come back. When you're a little richer. Come back when you're a little richer. So. Da hatten wir ja schon wieder... Da hatten wir ja schon wieder...